Ja, hallo, ähm, ich habe jetzt endlich den Plan, ja, ähm, hab mich so ein bisschen erinnert, ein bisschen überlegt, gedenkt, äh, nachgedacht und gegrübelt und dann ist es mir schlagartig wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, es klingt ein bisschen eklig, aber so in der Art war es dann so. Ich habe so überlegt, so, Mensch, ja, was hast du denn früher gebaut? Weil ich, bei vielen Sachen, die ich hier mache, ähm, versuche ich so, um zurückzudenken, ja, Mensch, was hast du denn da früher mit Lego so gebaut, was ja ähnlich ist. Und dann ist mir wieder was ganz mega, mega geiles eingefallen und dann dachte ich mir, so, uah, das könnte man ja rein terroristisch gesehen machen. Ich habe noch Redstone hier, oh ja, egal, ich kann euch sowieso noch Redstone hier irgendwo umfliegen, ich glaube hier in der Kiste, ne? Ne, aber ein bisschen Glowstone gedöhnt, ist hier Stein drin? Ja, 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 das sieht gut aus, da brauche ich nämlich jetzt ein bisschen was von. So, dumm, 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 ah, sieht das schön hier aus. Ja, das machen wir auch noch fertig, aber erstmal muss was viel, viel Eberischeres gebaut werden und ich brauche ja sowieso Erde, von daher passt sich das. Das ist ganz okay, das muss auch noch zugemacht werden. Aber was viel, viel wichtiger ist, jetzt ist die Sache, machen wir das hier dran oder machen wir das hier hinten? Hier hinten sieht man das, glaube ich, nicht so oft, ne? Ja, ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, obwohl sich die Wand extremst gut anbieten würde, die ist jetzt schon relativ flach, dann machen wir das auch hier, würde ich sagen, ne? Puh, ohne das Kraxeln. Äh, wie machen wir denn das? Hä, 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 hä. Ja, erstmal nehmen wir das hier weg. Erstmal diese Reihe, diese Reihe muss schon mal weg. So, wunderbar, ach, oh, oh, nein, ich wusste, es war die letzte Schaufel, arg. Oh, jetzt wollte ich gerade anfangen und dann fängt das Spiel an mit mir aufzuhören. Klasse, wunderbärchenhaft. Ach, hier, kann ich hier rein? Ja, ich kann hier noch rein, wunderschön, sehr gut. Ach, hier muss, oh, nee, ich kann hier nicht, ah, ich muss das mal wieder irgendwie, achso, das brauche ich ja dann gar nicht mehr, ne? Ja, aber hier kommt ja kein Schließmechanismus, muss man hin, das heißt, dann nehme ich das mal wieder weg. Genau, äh, halt, komm mal her. Mal gucken, ob ich noch Redstone rumliegt, ne, liegt kein Redstone mehr rum. Und das heißt ja dann auch dementsprechend, dass diese Leitung hier total überflüssig ist. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht alles wegnehmen, denn, ähm, ich setze mal hier einen Klumpen da von dahin, dass ich wenigstens raus kann. So, dumm, 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 dumm. Machen wir gleich zwei Schaufeln. Ich pack jetzt mal kurz das Redstone weg. Genau. Überall haben wir, achso, hier den Schalter, genau, den brauche ich auch nicht. Ach, schrecklich, was man immer mit sich herumschleppt. Na, ich mache am besten gleich zwei Schaufeln. Genau. Besser ist das. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, es wird schon wieder dunkel. Bäh, Mist, die Kack. Ja, ich glaube, ich mache mich kurz hier vorne zu. Zumindest soweit, wie ich das schon zumachen kann. Ja, so in der Richtung hier, ne? Das, äh, da kann jetzt rein theoretisch nichts rein. Ich hoffe, es ist jetzt dunkel genug. Achso, ja, die Light, das muss ja an sich dann da bleiben für oben, für das, äh, du kannst nur Nacht schlafen. Ja, wann ist es denn Nacht? Mal gucken. Ja, es sieht so aus, als ob das jetzt jemand soweit ist. Waffen wir bloß, dass nichts spawnt in der Zeit. Ah, jetzt geht's sehr schön. Oh, Schwädchen wechseln, Vorsichtshalber. Wunderbar. So, das ist geschafft. Dann können wir hier auch wieder rausgehen. Kleine Abkürzung. Hehe, he. Äh, kommt auch noch alles vernünftig. Also wir, wir basteln das noch schon richtig hin. Was im Laufe der Zeit jetzt noch passieren kann, ist, ähm, dass das hier vorne verschwindet und das, dass wir das noch abtragen müssen. Ich glaube, wenn, dann eher das. Ja, das, das kann sein, dass ich das nämlich, ähm, weghaben muss. Aus einem ganz bestimmten, bisher noch nicht euch erzählbaren Grund, äh, kann es sein, dass das den weg muss. Es ist, bleibt so ein kleines Geheimnis für mich, ne, so ein bisschen überraschend. Muss ja hier so, versuchen, so einen Spannungsbogen aufzubauen, wie so ein Drama. Ist, äh, ja, ein Drama ist es teilweise wirklich. In manchen Momenten. Ich bin dann immer froh, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich irgendwie noch ein bisschen was finde, was man machen kann. Ich hab, ja, wie gesagt, es gibt noch zwei riesig, riesig Projekte. Also das ist ja einmal dieser Vulkan, der mit Vulkanausbruchsfunktion und so einem eingeborenen Dorf und wo man oben über den Vulkan über so eine Hängebrücke rübergehen kann. Das ist noch was, was ich, äh, basteln möchte, aber das, ähm, hat noch Zeit. Das muss jetzt nicht sein. Und ansonsten ist das halt so eine große Burg, was die gesagt haben, ne, so mit riesiger Mauer ringsrum und Zugbrücke und Burggraben und allmöglichen Gedöns. So, das ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Dann müssen wir jetzt mal abzählen. Ähm, mache ich das hier mit? Okay, also wo fangen wir denn an? Wir können, glaube ich, hier anfangen. Also hier wäre das Maximalletste. Gut, jetzt lassen wir hier eins hin. So, haben wir hier ein, ja, das wäre dann, ja, nee, da direkt am Rand nicht. Das heißt, wir fangen eher hier an, glaube ich, ne? Jetzt gucken. Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Luft zur Seite müssen wir schon lassen. Das heißt, wir fangen dann eher hier an oder, wenn wir hier anfangen. Nee, ist nicht genug Platz zur Seite. Nee, das passt schon. So, das heißt, hier ist der Randstand, das haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, ein kleiner Moment, ein kleiner Moment. Reichen mir drei aus? Oder eher vier? Moment, ich muss ja jetzt von hier so gucken. Oh, gut, dass wir noch die Lanzung haben. Ich glaube, vier ist schöner, ne? Oder, nee, eigentlich nur drei. Eigentlich sind es immer nur drei Streifen. Genau, eigentlich sind es immer nur drei. Okay, okay, okay. Dann setze ich die Streifen schon mal hin, dass ich ungefähr, nur eine Orientierung habe. Ich muss ja jetzt eine Orientierung erstmal haben. Okay, also eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Machen wir mal bis dahin. Also, ich werde noch ein bisschen ausbauen müssen, das ist auf jeden Fall. Gut, und dann haben wir, was weiß ich, sagen wir mal, das muss ja ein bisschen breiter werden. Sagen wir mal, wir haben dann hier einen Streifen. Passt das denn? Ja, das passt. Dann haben wir hier einen und hier einen. Und dann brauche ich jetzt, genau, hier haben wir vier Felder. Oh, das ist okay. Und hier brauche ich auch, oh, 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 oh. Oder wir machen nur zwei Streifen, das geht natürlich auch. Ah, nee, es müssen schon drei Streifen sein, es müssen schon drei sein. Das heißt, dann kommt hier der Erdklumpf wieder hin. Das heißt, bis dahin, das heißt, auch hier müssen wir dann den Hügel nochmal so in die Richtung ziehen. Äh, oi, 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 oi. Aber ja, wieder viel Erde hier. Ah, das ist, äh, kriegen wir schon hin. Das soll ja den Kumster sein, äh, Kummer sein, Kleinster sein. Das haben wir schon so oft geschafft, hier irgendwelche Berge zu transformieren, ne, und das alles hinzukriegen. Ich verrate jetzt auch noch nicht, was es ist, das behalte ich immer noch für mich. Ihr könnt ja raten, ne. Ihr seid ja im Raten teilweise echter Rietzelmeister. Ähm, wenn euch das dann einfällt und wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es einfach rein oder einfach wild drauf losraten. Also, ich bin da gerne offen, also, ich finde es immer ganz lustig, je verrückter dann die Einfälle sind, ne. Also, was dann manchmal die Leute, so was denen da durchs Hirn schießt, was sie dann glauben, was das sein kann, das ist immer irgendwie ganz lustig. Also, von daher, haltet euch nicht zurück, schreibt, was das Zeug hält, was ihr denn denkt, was es sein könnte, was es wird eventuell. Aber wer weiß, vielleicht denkt ja einer genauso verquer wie ich und kommt sogar drauf, obwohl... Bläh, da kommt keiner drauf, da kommt wirklich keiner drauf, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich behaupte jetzt einfach mal so, das ist so die Herausforderung für euch, für diejenigen von euch, die gerne sich Herausforderungen stellen. Ich behaupte einfach, äh, felsenfest, ihr kommt nicht drauf, was es ist. Ja, so, das, äh, hehehe, naja, jetzt habe ich vielleicht den einen oder anderen seinen Ehrgeiz da angestichelt. Mal gucken. Ja, wo ich dachte ja auch damals bei dem Let's Play, dass da auch nicht so schnell einer drauf kommt. Ja, wo der letzte Hinweis damals bei dem Rätsel ja auch schon relativ eindeutig war. Da war es dann, glaube ich, nicht mehr so schwer, ne. Ach ja, dummdi-dum-dum-dum. Achso, nee, nee, das darf ich ja noch gar nicht sagen, was nachher bei State of Decay passiert. Äh, nee, das behalte ich mal noch für mich, das behalte ich noch für mich. Dummdi-dum, das seht ihr nachher später selber dann, ne. Mhm. Ist auf jeden Fall, ist, ist nunzig. Also, ja, ist, boah, der weiß doch, und jetzt, ja, das ist einfach unbeschreiblich, ne. Deshalb, ähm, nee, schweige dann auch, obwohl es immer so schwerfällt, ne, wenn sowas richtig cooles passiert, das dann so für sich zu behalten und damit keinem drüber zu reden, das ist, äh, nicht so einfach manchmal. Und ich bin ja so gerne, aber erzählen, ne, ne. Naja. Äh, hab dir übrigens, äh, mal so vor kurzem, dass einer mitbekommen, äh, die eine Dame, der irgendwie ihr Samsung Galaxy S3 da, ich glaube, das war das S3, ne, was hier da irgendwie in der Hose explodiert ist, irgendwie so, und die jetzt schwere Brandverletzungen hatte, wo dann irgendwie gesagt wurde, ja, okay, die hat das vorhin irgendwie auch in der Sonne gehabt, oder keine Ahnung, und, äh, war unter Volllast, na gut, die damals nicht so wirklich pfleglich behandelt, und jetzt soll man da aufpassen, ist ja ganz ehrlich, ähm, ich hab da noch nie was gehabt. Wer weiß, dass die gemacht hat, es war irgendwie auch, die arbeitet vor in irgendeinem Betrieb, wo es mit Chemikalien, und, äh, ich glaube, irgendwas mit Lackiererei oder so, und den Dämpfen, und dann vermutet man, dass es damit zusammenhängt. Naja, ich glaube, es ist für Apple dann wieder so ein gefundenes Fressen. Ui, guck mal da, lebensgefährlich, ne. Das ist ja immer ganz so, Apple ist ja, also ich muss sagen, Apple, da sind die Fanboys vielleicht nicht ganz so schlimm, wie bei anderen, äh, Vereinigungen, ja, so sprich jetzt hier wie bei den Konsolen oder sowas, aber dafür ist der Verein an sich schon schlimm, weil die nämlich mehr Fanboy-Gebäsche machen, als, äh, Fanboys, das eigentlich möglich wäre. Das ist irgendwie komisch, manche, ich verstehe es auch nicht, was da immer los ist, warum das denn sein muss. Es ist jetzt, ich hab nur gelesen, auch das Amazon und, ähm, ähm, war das Amazon? Ja, ich glaube, Amazon war das. Amazon und, ähm, Apple haben jetzt auch diesen Streit beigelegt, äh, um den Namen Appshop, weil Apple halt der Meinung war, dieser Name würde einzig und allein denen gebühren, und, äh, niemand anders, ja nie, nicht niemals dürfte denen diesen Namen benutzen. Ich will nicht mal Schwachsinn, also App, Appshop, das ist nun wirklich nichts, wenn es jetzt, äh, äh, Apple Appshop hieße, oder Apple App, Apple Apps, irgendwie so, keine Ahnung, also was irgendwie hervortut, oder, ähm, preisgibt, das ist halt dann was ausgerechnet nur mit Apple zu tun hat, aber hat es ja nicht, also, so ein neutraler Name und das dann, naja, man kann sich ja wirklich alles patentieren lassen, ich lasse mir jetzt demnächst auch irgendwas patentieren, und so ein Wort und, äh, verklagt dann jeden, der dieses Wort benutzt. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Ähm, genau, das Wort Ähm. Nehmen wir mal das, ja, und, äh, jedes Mal, oder YOLO, genau, YOLO, und jedes Mal, wenn dann irgend so ein, äh, Fuzzi ankommt, und, äh, YOLO, Mann, ne, dann, dann ziehe ich ihm welche über, und, äh, verlange erst mal Cash von ihm. So, nicht nur, dass ich ihn überziehe, weil er dieses doohe Wort die ganze Zeit benutzt, nein, er wird dann auch nochmal doppelt bestraft, weil er sein Taschengeld, sein Pausenbrot mir geben darf. Mwahaha, ja, oh, ich bin schon wieder garstig drauf heute. Ich weiß auch nicht warum, eigentlich war ein schöner Tag. Oh, ja, man darf auch immer so garstig drauf sein. Ist ja, äh, nett garstig, ne? Es gibt ja Unterschiede zwischen fies garstig und nett garstig. Ich bin immer nett garstig. Ja, kann man das denn wirklich so unterscheiden? Ich glaube eigentlich eher nicht. Ja, ich gebe mir mal Mühe. Ich versuche einfach mal so irgendwie abzuargumentieren hier, um mich zu rechtfertigen, warum ich das denn mache und machen darf, vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das wird nicht so der hübscheste Transformationsvorgang, den wir uns hier vornehmen. Naja, dann gucken wir vielleicht, kriegen wir das dann doch noch hin. Okay, das ist schon mal okay. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich hier hinaus muss, ehrlich gesagt. Ja, es kann sein, dass das schon reicht. Ja, hier nochmal. Komm, machen wir hier nochmal ein paar Stufen dran, dann passt das auch. Genau, und hier auch. Wunderbärchenhaft. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ansonsten, ja, gucken wir gleich mal, das was wir irgendwie anders hinkriegen. Ja, das passt. Habe ich noch Erde? Habe ich noch? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Dann klatschen wir das nochmal mal dran. Genau, dass wir hier noch irgendwie das hinkriegen, ein bisschen Rundung heranzubekommen. Hm, ja, ich glaube, das reicht. Geht das denn so? Ne, es geht natürlich nicht, wenn ich das jetzt so sehe. Jetzt geht's halbwegs, oder? Ja, kann man schon so zeigen. Das geht schon, das geht schon. So vielleicht eher. Ah, okay. Hier wird noch was dran müssen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Wir machen erstmal, wir fangen erstmal an, ne? Wir fangen erstmal an. Obwohl, jetzt sieht man das ja gleich. Eieieiei. Ups. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen ausbauen. Sonst falle ich immer so weit zurück. Das möchte ich gerade nicht. Setzen wir die doch einfach mal so ein bisschen Erde hin. Wir haben ja noch was übrig. Ja, ja, nicht dahin. Oh, was machst du denn hier? Naja. So. Oh, es wird schon wieder dunkel, ne? Na gut, wir haben jetzt hier auch eine ganze Weile dran rumgetüftelt. Äh, nein, 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 nein. Das war falsch. Hier, komm. Stell dich hier wieder her. Wunderbar. Den Kies und alles können wir da dran lassen. Das ist eigentlich kostiger Sprung. Jetzt bin ich nochmal überlegen. Oh, das wäre eine geile Idee. Ich bin nochmal überlegen, ob ich das aus einem ganz anderen Material mache. Ja, davon habe ich zu wenig dabei. Dann muss ich gleich mal zurück. Wenn denn hier wieder der Tag angebrochen ist, werde ich mal kurz zurückrennen an einen ganz bestimmten Ort und werde mir dann da... Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist richtig gut. Kann ich schon wieder higher machen? Ne, natürlich nicht. Das ist auch noch nicht dieser orange-rote Himmel. Dann packe ich mal die ganzen Steine hier weg, dass ich gleich Platz habe. Ne, das ist normaler Stein. Steins... Ne, Steinsiege behalten wir mal hier bei uns. Hier, genau, Pflasterstein. Und die Erde kann auch mit weg. Ist die hier? Kriege ich die da noch rein? Kriege ich die da noch? Ja, wunderbar. So, ich glaube, es ist dunkel genug, oder? Nein, es ist immer noch nicht dunkel genug. Aber jetzt so langsam. Jetzt da hinten, da habe ich schon dieses Abendrot gesehen. Ja, wunderbar, ich genannt. Ich habe gleich mal was futtern, sehe ich hier. Versuchen wir, die letzten Melonen aufzubrauchen. Dass wir gleich ein bisschen mehr Platz haben. Ja, können wir eigentlich mitmachen. Ja, und wenn es die Bahnlinie fertig wäre, dann wären wir ratzefatz da und ich könnte ganz schnell hier weitermachen. Aber nein, äh... Bahnlinie war ja zu langweilig im Moment. Nein, machen wir auch weiter. Achso, möchte ich erst das fertig haben. Vielleicht brauche ich dann da auch nochmal ein zweites davon. Oder einen 2-10 eher. Äh, 2-10 wäre besser. Das sollte man eher so bezeichnen. Ja, ja, ja. Hm. Mal gucken, mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau, aber... Es gibt hier... Wir haben noch genug Platz, ne? Wir können noch fleißig genug hier die Welt verschandeln, wie wir Lust und Laune haben. Vielleicht so eine Creeper-Besserungsanstalt bauen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Maßnahme, dass die so ein bisschen therapiert werden. Ja, so Aggressionsmanagement. Weißt ja auch, die sind ja vom Aussternen bedroht. Also ganz ehrlich, wenn die die weiter die ganze Zeit so aggro schieben, den, ne, und die ganze Zeit sich in die Luft sprengen, irgendwann war es das dann mit den Creepern. Dann gibt es die nicht mehr. Dann kann man die sich im Museum so ausgestopft noch angucken. Oder zumindest gibt es dann Bilder davon. Äh, die darf man sich dann anschauen. Ja, früher gab es mal Creeper, aber die waren halt viel zu aggressiv. Haben sich nie beruhigt und jetzt sind sie ausgestorben und, naja, ich weiß nicht. Fände ich jetzt... Okay, ich mag die kleinen grünen Kerchen nicht. Die einzig grünen Kerchen, die ich mag, sind Orcs. Alles andere Grüne ist eher so, ne, muss nicht sein. Ähm, hm. Naja, aber trotzdem ist es ja... Erinnere mich so ein bisschen an die Schneeelfen, obwohl die Schneeelfen vielleicht cooler waren. Aber die waren halt nur doof, dass sie sich mit den Zwergen eingelassen haben, ne? Hm, hm, hm. Haben wir ja gestern bei Skyrim erfahren. Das war so dramatisch, fand ich irgendwie. Also immer noch so... Also ich war damals schon beim ersten Mal, als ich das mitbekomme, total geschockt. Ach ja. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. War das hier beim Lagerhaus? Ich glaube, da war auch noch was. Ähm, wir gucken einfach mal so reihrum. Ansonsten bin ich der Meinung, war das, ähm, in dem Haus im Hügel. Also in dem einen, was wir da so umgebaut haben, ganz fleißiglich. Da war das, glaube ich, auch drinne. Jede Menge davon. Das ist ein ganz bestimmtes Material, ein seltenes, ein wunderbar herrliches, ein, äh... Ja, genau, ein tolles Material. So, ich gucke nochmal hier, nicht, dass ich dann irgendwas übersehe oder weglasse. Ne, hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Ja, hier sind alle verwirrt so nach dem Motto, so, hey, da war ja so ziemlich alles dabei, was es an Materialien gibt. Und jetzt hat er das da nicht gefunden. Oh mein Gott, was ist es denn? Ja, es ist total episch. Es ist, äh, wir bauen jetzt alles aus Silberblöcken. Mhm. Nein, das größte Wahnsinnig würde ich, glaube ich, nie werden. Ich finde es auch, es sieht nicht hübsch aus. Ich habe das mal irgendwann so just for fun ausprobiert. Ich fand das, ähm, vielleicht irgendwo so als kleine Deko-Möglichkeit kann man das in Betracht ziehen. Aber hauptsächlich, ähm, würde ich das nicht verwenden. Finde ich nicht so hübsch. Ich bin da überlegen, ob ich mir ein Hund, Hühnchen mitnehme. Aber nur so eventuell vielleicht. Nur wenn es sich benimmt. Ja, genau, so, Nasserziegel, 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 Nasserziegel. Äh, davon nehmen wir auch ein paar mit. Schwarze Wohle brauche ich nicht. Wunderschön, ganz Inventar ist voll geklatscht und wir können dann loslegen. Kann ich vielleicht noch was hier lassen? Irgendwas, was ich nicht brauche? Ne, Glas, Glas lasse ich mal. Ne, Sand kann ich hier lassen, komm. Das war ein Sandtier. Und dann, äh, mupfen wir mal noch die restlichen Melonen. Ich hoffe, da sind wir gleich fertig, man. Jetzt alle schon am Wundern so, hä, warum dieses Material? Was hat er damit vor? Hm, gerstiger Ork. Ja, genau, gerstiger Ork. Hm, ich behalte alles für mich. Ja, ja, Geheimniskrämerei. Macht Spaß. Nein, eigentlich macht es gar keinen Spaß. Es ist so, schon so schlimm, wenn man irgendwie Geschenke oder sowas kauft, ja. Dann will man eigentlich mit irgendjemandem darüber reden, was für tolle Geschenke man da gekauft hat. Und man kann es ja nicht. Boah, das hasse ich ja wie die Pest, ne. Also das ist sowas, das mag ich gar nicht, weil ich dann immer so diesen Mitteilungsdrang habe. Von wegen, so, oh, hier, wenn du wüsstest, was ich da gekauft habe, ey. Boah. Hier, und dann darf man es aber nicht machen, weil sonst ist ja die Überraschung hin. Und das wäre ja das Fieseste überhaupt, ne. Da möchte man ja selber auch nicht, dass man, ich weiß nicht, wie ihr da seid. Wollt ihr sowas immer vorher wissen oder lasst ihr euch darüber überraschen? Also ich muss ja sagen, ich bin ja eher der Typ, der dann sagt, ja, also ich wüsste es zwar schon gerne, aber lieber habe ich die Überraschung, als dass ich das dann so, weiß nicht, weil es ist irgendwie dieses coole Gefühl aus der Kindheit von früher, was man da vielleicht noch so hat. Vielleicht kommt das daher, ich weiß es nicht. Ich argumentiere das so für mich ein bisschen, wo man dann sich immer gefreut hat. So diese Riesenaufregung, so früher, als man ganz, ganz klein war, ja, und so vor den Geburtstagen oder vor Weihnachten oder irgendwas anderes, wo man halt Geschenke gekriegt hat. Und diese Aufregung, die man hatte, wo man dann wirklich nicht pennen konnte die ganze Nacht, weil man sich das Hirn zermatert hat, was man da alles Schönes bekommt. Und das, das war, ich weiß nicht, ich habe teilweise, also selbst in meinem stolzen Alter, ja, habe ich immer noch diese Aufregung. Und das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich immer noch so ein Spielkind bin, ich kann es nicht erklären. Okay, ansonsten würde ich wahrscheinlich das hier auch nicht machen. Ja, man verändert sich ja nicht wirklich, ne. Ochsen sind sowieso sehr verspielt. Wir spielen nur mit unseren Opfern, so werden gefehlt und, ne, und alles mögliche. Und, naja, egal. So ein bisschen hier Brutalo, sagt mir aus, ja, das ist nicht so, das ist die Softie. Das geht ja auch nicht. Ochsen sind ja beinhart, ne. Das ist auch nur ein Klischee. Das sind auch nur Fantasy-Fabelwesen. Ja, ja. Und irgendwie, ei, wenn ich die so sehe, irgendwas schießt mir da gerade so ein Hirn, ins Hirn wieder mal an Ideen. Aber, äh, nee, 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 das machen wir woanders, das machen wir woanders. Nee, 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 nee. Ich mache heute nur auf Geheimnist-Creme rein, ne. Das habt ihr schon festgestellt. Ich bin heute sehr nicht-mitteilungsbedürftig, so, wenn man das so nennen kann. Kann man das? Kann man das? Ach, garantiert kann man das. Das kann man immer. Und ich glaube, ich habe endlich alle Melonen aufgefuttert. Juhu, ja. Endlich. Und jetzt heißt es Vivala Brot. Ja, das kommt wieder weg. Ich lasse mir nur mal hier kurz das stehen. Genau, dass ich noch weiß, wo das hinkommt. Genau, so. Ja, wunderbärchenhaft. Genau, so muss das sein. Ei, wie, ja, muss ich jetzt überlegen, wie ich das dann richtig, also wie ich das vernünftig bauen, so, dass ich dann auch rankomme, also ordentlich rankomme. So, dran denken, es müssen drei Streifen sein, das heißt hier dann auch wieder eine Säule, genau. Ja, es sind drei Streifen, wunderbar. Okay, wie hoch sollen denn die werden? Hm, habe ich noch gar keine Gedanken gemacht drüber. Jetzt sind so drei Felder hoch, sagen wir vier, was wir jetzt so machen. Könnten wir eigentlich machen, ne? Ja, mhm, aber ich glaube, das machen wir auch. So, dummdi-dum-dum-dum-dum. Genau, das ist okay, 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 ja, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir, machen wir erstmal an der Seite, glaube ich eher. Würde ich sagen, gehen wir gleich hier. Äh, halt, das mag er nicht. Dann so, dann so und... Hm. Oder soll ich eher dann hier schon? Ich glaube, ich gehe eher hier schon, Alter, das ist klar, und, nehmen wir mal das hier da weg. Und du bleibst auch hier, bitte. Nein, ach, naja, egal. So, jetzt haben wir hier diesen einen Anstieg, dann machen wir das hier so. Oh, ah, verdammt, halt, falsche Fehler. Ja, genau, dann muss er... Er muss das dann schon hier... Ich bin gar nicht am überlegen, weil, wenn wir das jetzt hier so machen... Dann habe ich hier eins, und dann wäre hier das nächste. Er muss sowieso noch höher, also da muss aber noch hier Erde ran. Eieieiei, ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Hm. Dann können wir das hier schon mal zu machen, ne? Machen wir das schon mal zu. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nee, hier noch nicht, hier noch nicht. Wir machen erstmal das soweit fertig, und dann gucken wir, wie wir das machen. So, wie habe ich das jetzt da unten? Na, verdammt. Wer hat das gemacht? Hier eins. Arrgh! Au, ah, ja gut, ich habe jetzt noch mal ein Steinchen wieder. So, sehr schön. Das heißt, hier habe ich zwei Anstieg gemacht, das heißt, da jetzt zwei nach oben, und dann rüber. Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, das wird was. Ja, doch, das sollte was werden. Ähm, ja, und ich sehe auch gerade, das sollte auch was werden, in der Form von wegen so, ich habe es geschafft, heute ist erledigt, wir sind fertig. Fini. Doe. Ja, dann haben wir es mal endlich wieder. Nein, natürlich nicht endlich. Also, ich würde gerne weitermachen, man merkt das auch, ich will gerade nicht so richtig aufhören, aber, ich muss mir noch was aufheben für die nächsten Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte, äh, und von daher hören wir dann einfach an der Stelle hier ganz bequem friedlich auf, ohne hier Radau und alles mögliche, ne? Ja, sehe ich auch so. Okay, dann würde ich sagen, wir machen dann das nächste Mal weiter, ich stelle mich mir mal so episch drauf, so ein bisschen so posing, ne? Gehen, Sonnenuntergang, blicken, nein, ist langweilig, äh, wo gucken wir hin? Da hinten, Richtung Dorf. Das sieht doch hübsch aus. Tja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.